Die Haut ist täglich einer Vielzahl von äußeren Einflüssen ausgesetzt. Diese können das Hautbild negativ beeinflussen und die Festigkeit, Frische und Elastizität vermindern. Es kann sogar die allgemeine Gesundheit der Haut darunter leiden. Eine der besten natürlichen Heilmittel ist in diesem Fall eine Joghurt-Zitronen-Gesichtsmaske. Unmittelbare Auswirkungen, die diese äußeren Einflüsse auf die Haut haben sind unter anderem, die positive Auswirkung von Zitronensaft auf verschiedene Körperteile ist bereits vielen bekannt. Es können jedoch darüber hinaus noch eine Vielzahl von weiteren Beschwerden mit dem Saft der Zitrone behandelt werden. Kombiniert mit Joghurt wird aus Zitronensaft ein hervorragendes natürliches Heilmittel, das eine Reihe von Kosmetikprodukten ersetzen kann. Einfach herzustellen, vermischen und auftragen. In weniger als zwei Minuten ist diese erschwingliche Gesichtsmaske auf deinem Gesicht preiswert. Die Zutaten können sogar selbstgemacht Joghurt bzw. angebaut und geerntet Zitrone werden umweltfreundlich. Alle Zutaten sind natürlich und tragen zu Nährstoffen im Boden und dem Schutz der Umwelt bei. Gesund Es stecken keine Chemikalien in den Zutaten, die sich schädlich auf die Gesundheit auswirken können. Kleiner als 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich 3136 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Settergeting Red Volz Settergeting Section 4 Settergeting URL Die erstaunlichen Vorteile einer Joghurt-Zitronen-Gesichtsmaske Settergeting Topic Beauty Settergeting Mafil-Type GetMRFP SetClipSempty Div True True AdService Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 Kleiner als 7120678-Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 Binde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678-Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 1 1 1 DIVGPTAD 1513094690767-0 Settergeting Red Volz Settergeting Section 4 Settergeting URL Die erstaunlichen Vorteile einer Joghurt-Zitronen-Gesichtsmaske Settergeting Topic Beauty Settergeting Settergeting GetMRFP SetClipSempty Div True True AdService Google Tag Pubatz Google Tag Pubatz ClipSempty Divs Google Tag Enabled Services Google Tag Zink und Kalzium In ästhetischer Hinsicht bietet Joghurt die folgenden Vorteile Tiefenreinigendes Peeling Joghurt befreit die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen und unterstützt die Zellerneuerung Dadurch können Hautrötungen oder Sonnen- bzw. Altersflecken reduziert und irritierte oder gereizte Hautpartien beruhigt werden Sichtbare Reduzierung von Hautunreinheiten und Narben Joghurt hilft dabei, der Hautalterung entgegenzuwirken und feine Linien und Falten zu glätten Reinigt und minimiert das Erscheinungsbild von Puren Sorgt für geschmeidige, straffe Haut durch die Anregung der natürlichen Kollagenproduktion der Haut Desinfiziert und spendet Feuchtigkeit Optimale Behandlung bei Akne und mit Essern Verbessert das Hautbild und sorgt für eine strahlende und frische Haut 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Middle Down Binde Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Down 300 250 336 280 DIV GPT AD 150 33 917 9 06 47 0 Settergeting Red Folz Settergeting Section 4 Settergeting URL Die erstaunlichen Vorteile einer Joghurt-Zitronen-Gesichtsmaske Settergeting Topic Beauty Settergeting Mafil-Type Get-MRFP Set-Clip-Sempty-Div True True Add Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIV GPT AD 150 33 917 9 06 47 0 Zitrone Die Zitrone gehört zur Familie der Zitrone Ausfrüchte und ist besonders reich an Vitamin C und Alpha Hydroxysäuren. Das ist sowohl für die innere als auch für die äußere Gesundheit von Vorteil. Zitronen wirken heilen durch die Unterstützung der Haut bei der Befreiung von abgestorbenen Hautschüppchen. Sie helfen, Hautflecken zu reduzieren, die durch die natürliche Hautalterung oder durch Sonneneinstrahlung entstanden sind. Zitronen unterstützen und beschleunigen die Zellregeneration. Durch die Anregung der natürlichen Kollagenproduktion der Haut helfen Zitronen dabei, die Elastizität der Haut zu verbessern. Sie beugen der Faltenbildung vor. Zink und Kalzium In ästhetischer Hinsicht bietet Joghurt die folgenden Vorteile. Die Zitrone gehört zur Familie der Zitrusfrüchte und ist besonders reich an Vitamin C und Alpha Hydroxysäuren. Das ist sowohl für die innere als auch für die äußere Gesundheit von Vorteil. Unsere Empfehlung Hausmittel gegen Falten vermische Joghurt und Zitronensaft, bis eine homogene Masse entsteht. Sie darf ruhig eine etwas flüssigere Konsistenz haben. Wenn du die Maske auch für dein Haar verwenden möchtest, vermische je einen Esslöffel pro Zutat und gib die Mixtur direkt auf die Kopfhaut. Massiere sie in kreisenden Bewegungen vom Ansatz bis in die Haarspitzen. Nach 20 Minuten kann die Maske gründlich aus dem Haar ausgespült werden. Ja, das ist eine solche Ausgangskorie. Und zwar auch diese Ausgangskült werden auf einem hutgeladen. Diese Ausgangskültung ist eine große Gegend für die Hauts-Pfelde und was ich auch für die individuelle Beziehung. Das ist ein sehr wichtiges Problem. Nein, es gibt keine Gefahren. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.